Peace Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit einem neuen Video und ich habe vorletzte Woche bevor ich krank wurde ja gesagt ich werde noch eine Roomtour machen von sozusagen jetzt meiner Zweitwohnung also von meiner Notunterkunft weil manche haben es ja vielleicht mitbekommen ich habe es ja im letzten Video gezeigt gehabt meine Wohnung wird gerade modernisiert ja und deswegen habe ich jetzt von der Wohnungsbaugesellschaft erstmal eine andere Wohnung bekommen hier die Wohnung und ja ich wollte euch doch mal zeigen wie ich hier jetzt zurzeit so wohne wie hier alles vonstatten geht also zum Beispiel ich habe keinen Internetanschluss ich mache alles über das Handy ja also ich habe unlimited Datenvolumen ich mache Livestream darüber und lade meine Videos darüber hoch also es ist alles im Moment recht provisorisch und ich lebe hier auch echt ein bisschen wie ja so ein kleiner Assi würde ich sagen aber es ist definitiv aushaltbar und ja könnte schlimmer sein die Wohnung ist auf jeden Fall schon modernisiert werdet ihr jetzt auch gleich sehen und ja man vielleicht zeige ich euch nochmal ganz zum Schluss wie weit es denn in meiner Wohnung so ist wir haben es jetzt glaube ich schon drei Wochen drei Wochen sind glaube ich schon um angesetzt sind sieben Wochen gewesen mal gucken ob sie den Zeitplan auch einhalten können und ja also sozusagen bin ich bald auch wieder in meiner Bude und wir werden die Videos trotzdem raushusteln okay Leute wie gesagt alles ein bisschen provisorisch ich weiß noch gar nicht wie ich das alles abfilmen werde ich denke mal ich werde die Cam jetzt wieder in die Hand nehmen und ja dann erst mal so zeigen und ja wir machen einfach wir machen auch ganz spontan let's go so okay Leute also hier ist der echt kleine Hausflur ja also hier ist die Eingangstür so und dann fangen wir doch mal als erstes mit dem Badezimmer an es ist ein recht kleines Badezimmer wundert euch nicht über die nassen Flecken wenn ich Hände wasche und mich dann abtrockne ja scheiße tropft halt runter wieder egal so also auf jeden Fall sehr schön modernisiert meins wird auch so dann aussehen mein Badezimmer nur dass ich bodentechnisch habe ich Schlamm gewählt wie es im Endeffekt aussehen wird kein Plan also die haben mir zwar so eine kleine Probedinger da gezeigt aber ich wollte auf jeden Fall kein Anthrazit weil jeder hat im Moment Anthrazit ich wollte was anderes so die Badewanne vielleicht vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen die hat so ein Knick einfach ja also falls ich mal irgendwann ein bisschen fetter werde hier vorne würde ich auf jeden Fall dann stecken bleiben ja mehr kann man eigentlich nicht sagen geht zum Badezimmer aber ich kann euch auch mal was zeigen und zwar einfach mal dieses Größenverhältnis ja also ich bin jetzt nicht der größte also ich bin 1,81 auch nicht der fetteste oder breiteste wie auch immer aber es ist schon recht knapp bemessen hier wie dieses Badezimmer ich zeige euch mal also wenn ich jetzt hier reingehe seht ihr eigentlich das alles im Weg man läuft die ganze Zeit eigentlich nur strano ja es ist halt ein bisschen eng hier alles aber definitiv aushaltbar und war man recht luxuriös so als nächstes würde ich sagen zeige ich euch mal das Wohnzimmer dann die Küche und zum Schluss das Schlafzimmer im Schlafzimmer ist sozusagen eigentlich in Anführungszeichen das Spannendste komisch hört sich komisch an aber ist halt so da ist halt meine Streaming Ausrüstung und wie ich das alles erst mal provisorisch hingestellt habe deswegen Schlafzimmer zum Schluss und jetzt Wohnzimmer let's go ja auch nicht gerade sehr groß ja wie gesagt alles ein bisschen provisorisch hingestellt die Möbel gehören nicht mir ja also auch das weiße Ding gehört nicht mir nur die technischen Geräte gehören mir da musste ich halt alles erst mal so ein bisschen provisorisch hinstellen deswegen Kabelmanagement ist drauf geschissen ja hier nochmal ein paar Boxen und so hier so eine wunderschöne Decke aber ich weiß nicht kennt ihr das ist ja nicht meine Couch die wurde hier einfach hingestellt also zur Verfügung gestellt und ich so wenn ich abends zum Beispiel jetzt mal Fernsehen gucke oder so und dann auf der Couchgammel will man ja sein Gesicht auch also berührt ja diesen Couchstoff und ja ich weiß nicht ist ja nicht meins wisst ihr was ich meine aber finde ich eklig so wer weiß wer hier davor schon drinnen war und da reingefurzt hat und so deswegen habe ich einfach irgendeine Decke da hingelegt und falls abends mal ein bisschen kühler ist oder so ihr wisst wenn man so richtig faul ist kann es schon passieren dass es einem kalt ist dann noch ein paar Decken auf so einen Stuhl yes by the way das ist auch meine Pflanze habe ich schon seitdem ich ausgezogen bin yes hier hinter dann ja die Kartons einen habe ich nicht ausgeräumt ja 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 sonst ist hier eigentlich nichts alles langweilig hier meine paar Schüchen alles mitgenommen und ja lässt sich auf jeden Fall aushalten sagen wir mal so ne also das ist jetzt nichts besonderes uah alles so auf provisorisch hier aber halt schon modernisiert ja also ist alles alles cool Boden bin ich bisschen enttäuscht muss ich sagen ähm das ist nur so PVC finde ich ein bisschen eklig muss ich ganz ehrlich sagen ich mach PVC nicht so aber an sich schon recht schick aber hier war auch in welcher Stunde Digga keine Ahnung Alter verstehe ich nicht so also das ist das Wohnzimmer wie gesagt nichts besonderes auch nicht recht groß achso was ich auch noch erzählen kann hier sind so also hier ist so ne Ecke ja vom Balkon also es ist guck mal wie soll ich ja kein hier ist jetzt mein Balkon und hier geht es dann gleich weiter so äh mit anderen Wohnungen und jedes Mal in dieser kleine Jalousie oder sonstiges ähm guckt so ne echte Frau rüber ich fühl mich hier immer wenn ich abends ähm hier auf der Couch chille was heißt immer eigentlich mach ich selten aber ähm recht beobachtet ja ich weiß nicht so ziemlich unangenehm aber nur so viel nebenbei ähm als nächstes geht's in die Küche da lang und ja was soll ich sagen man äh ist vielleicht ein bisschen unordentlich muss ich gleich dazu sagen aber ich hab äh gerade auch gekocht gehabt ja ähm das Rest was der Rest das Rest der Rest Mann Rest Rest in der Pfanne esse ich heute Abend nochmal ja also nur dass ihr schon mal da bescheid wisst so hier auch richtig geiler Boden ähm ist echt also es ist gefließt nicht wie hier nicht nur so ein PVC ähm ja sehr sehr kleine Küche muss man schon sagen aber ein Esstisch hat noch Platz gefunden ähm so eine Waschmaschine also die war auch hier drinnen Digga was ganz anderes ja einfach so ein Toplader äh ich glaub das gab's äh damals nur im Osten oder so also wurde mir so gesagt ich mach jetzt auf Klug scheißern wusste ich selber nicht äh äh ja hier nochmal richtig geil äh essen boop boop frag mich nicht genau was das ist das ist Hack Tomate und äh ach aber ey keine Ahnung Mann irgend so eine Soße Mann für Zucchini Reis Motherfucker keine Ahnung ich weiß nicht ähm ja hier kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen Alter alles so provisorisch reingeschmissen ähm dies das ähm ist ja nicht mehr für lange ne also sagen wir mal circa einen Monat und dann ist for the bye ja wie gesagt ist alles nicht gerade sehr groß alles recht klein gehalten ähm wenn man jetzt ein bisschen dicker wäre wäre das alles schon recht problematisch sag ich mal ja ähm aber ja ist schon sehr gut ähm modernisiert sagen wir mal so also man lebt hier nicht wie ein komplett Spacken äh ihr wisst ja was ich meine und ja kein Plan wir gehen jetzt ins Schlafzimmer und dann war es das auch schon okay und jetzt ab ins Schlafzimmer ja yes yes auch alles chaotisch wie gesagt wundert euch nicht hier sind einfach so Handtücher bla 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 so Schlafsachen Gammelsachen was auch immer hier ein echt kleines Bett ja äh nicht mal anderen vergleichbar mit Mainz ich weiß nicht was ist das 1,20 oder sowas ja ähm wundert euch nicht über dieses Klubback es ist alles anders als es aussieht glaubt's mir ja ich war doch krank ähm letzte Woche deswegen kam auch kein Video und ja zum Naseschlauben halt ja nicht zum nicht dafür nicht dass ihr Auge macht so hier in der Ecke ist jetzt meine PC Ecke 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 ähm alles natürlich ein bisschen vorübergehend hier Kabelmanagement on point ah aber eigentlich für für so zum Notfall recht gut aufgebaut ging auch recht schnell wie gesagt Kabelmanagement einfach on point bei mir äh das weiße Kabel da ist für mein Handy gedacht weil hab ich euch ja vorhin schon erzählt äh ich zur Zeit alles über mein Handy laufen lassen muss und deswegen äh muss ich das Handy auch an den Computer anschließen um warte ja um dann sozusagen mein Handy als Router zu haben oha ich bin im Moment ein bisschen pickelig he wundert euch nicht und ja man so sieht es hier eigentlich aus eigentlich recht nice oder passt hier wie angegossen angegossen äh in die Ecke und ja man kann man auf jeden Fall aushalten würde ich sagen auch nicht recht groß hier der Kleiderschrank ähm auch recht klein zum Glück habe ich ähm da drin noch ein paar Sachen ja also da oben warte da oben Boxershorts T-Shirts äh Bettische nichts glaube ich keine Ahnung weiß ich nicht ja man ähm ich hoffe das Video hat euch gefallen ich werde es vielleicht jetzt hier noch am Ende ja wir machen es äh ich werde jetzt hier am Ende nochmal meine andere Bude anhängen ja also wir werden da nochmal reingehen und gucken dass wir nochmal ein bisschen bessere Qualität rausholen können als beim rausholen können als beim letzten Video und ich verabschiede mich somit aber schon mal äh und lasst mir sehr sehr gerne ein Abo ein Kommentar und ein Like da falls euch das Video natürlich nur gefallen hat ansonsten macht es nicht ja und wir sehen uns einfach im nächsten Video Peace So und zum Schluss jetzt nochmal meine Wohnung wie es hier so aussieht einmal die Küche mhm 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 hier geht es eigentlich schon wieder neue fenster dies das hier geht es schon voran mein wohnzimmer oder dann mein wohnzimmer wieder hier geht es auch voran ich muss auf jeden fall streichen man sieht wo die die tapete wieder angeklebt haben also es geht auf jeden fall voran aber das beste ist ok leute lasst mir sehr gerne ein abo ein kommentar ein like dies das da